ja hallo auf geht's wieder ein neues spiel wieder ein neues wortspiel ich bin dann über 338 von 410 beim bordbaum ich habe 933 probleme gelöst bisher und ich habe noch 48 fantasie dollar ok das gibt die aufgabe des tages 6 wort werden gesucht ein 3 buchstabiges wort ein 24 buchstabiges 25 buchstabiges und ein 6 buchstabiges wort zu bilden sind die worte aus den vokalen u und e und a und aus den vokalen fnk ja ich habe mich kohlen ja ich habe mich dafür ja 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 ético ja 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 Okay. Der Knauf. Das war's. 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 Das war's.